Hallo, ich bin Ingrid, ich komme aus Österreich und ich möchte euch über meine Erfahrung mit dem 9010-Metbett berichten und mich erstmals bei Oliver Schacki und seinem Team bedanken für den großartigen Service, dieses nutzen zu dürfen und möchte jetzt meine Erfahrungen mit euch teilen und ich muss sagen, am Anfang hat mich die Technik ziemlich gestresst und konnte dadurch das Metbett gar nicht richtig genießen, bis ich jetzt mit meiner Cousine alles in den Griff bekommen habe und möchte erzählen, dass ich Osteoporose Grad 3 habe, natürlich stark verkrümmte Wirbelsäule und Schmerzen und ein Divertikel in der Blase und dadurch natürlich enorme Probleme hatte und gab den Impuls Blasenmuskulatur stärken und siehe da, nach 3-4 Tagen hat sich das Problem so fast aufgelöst und ich muss sagen, ich muss jetzt mich beruhigen wieder und schauen, dass ich in meine Mitte komme, damit ich das Metbett besser genießen kann, besser nutzen kann und natürlich mein Bewusstsein ruhig ist und werde euch weiterberichten, was sich noch ergibt, was sich verändert und vielen Dank und eine schöne Zeit. Ciao!